Also bei uns gibt es immer solche, wie sagt man das, Flüche. Genau, Flüche, ja. Flüche. Und wenn man das nicht, wie sagt man das, einhält? Ja, einhält oder so, wie die früher das immer gemacht haben. Dann passiert im Haus irgendwas Schlimmes. Ist so, glaubst du mir. Ja, sowas muss man ja. Ja, weil die Ur-Ur-Großeltern haben das halt irgendwie erlebt und dann haben das geflucht oder haben gesagt, wenn ihr das nicht einhält, passiert dann das und das und dann ist öfter schon passiert, dass es wahr ist. Dann muss man das auch einhalten, damit da in unserer oder in der Familie nichts passiert. Genau. Und sowas muss man ja auch mitnehmen und auch wissen, wenn man Mon heiraten möchte, dann muss man das sowas schon wissen. Und über when man sich dann noch ein bisschen verbindern kann. Und manchmal wenn man denn mitnehmen kann. Und dann muss man das nichtね. Dann"! Untertitelung des ZDF, 2020